Aha, da haben wir jetzt eine Plattform mit Zeug drauf, ja, hervorbrannt. Schön. Nehmen wir die Sniper mit oder... Augen auf, Käpt'n! Okay, okay. Können wir natürlich auch mal probieren. Ja, okay, jetzt da. So, hier, das Schaflitzigewehr, das ist jetzt vielleicht sinnvoller. Ja, nein, nicht aufstehen. Mann, echt, ne? Ja, so richtig geil versteckt kann man sich nicht. Ah, das Fass. Das kann man natürlich mal machen. Ah, vielleicht hätten wir auch noch warten sollen. Ja, schon. Bis da mehr Leute sind. Sekunde Zeit zum Nachladen. Da ist Sniper, da ist ein Nagelkanon. Ich würde die gerne mal ausprobieren. Schaffen wir das? Der hat die jetzt nicht wirklich darunter geschmissen, oder? Aber wir haben ja noch eine liegen. Nagelkanone. Mit E99 aufgeladene Kanone die explosive Nagelgeschosse abfeuert. Jeder Schuss erfolgt bis zur kompletten Aufladung mit leichter Verzögerung. Aha. Ist das jetzt sinnvoll? Puh, da ist ein Dings. Ne, ich will hier lieber Dings haben. Ne, Dings, ihr wisst schon. Da, da ist der Sniper. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, die Nagelkanon und so nicht. Aber, vielleicht können wir die dann ja in unserem Waffenschrank ausrüsten. Wenn wir jetzt einmal angefummelt haben. Fässer sind... Wow, die sind da weiter hinten, oder? Aha, Mist. Ist ein bisschen reingehauen. Nein, hier sind viele Fässer. Die Gegner sind aber woanders. Oh, hab ich den voll in den Sack getroffen? Entschuldigung. Nein, das ist unfair. Das sehe ich eigentlich, was das unfair ist. Das ist tatsächlich... Scheint irgendwie relativ egal zu sein, wo man die trifft. Boah, da habe ich natürlich an sich nichts gegen. Ähm, viel... Äh, hier haben wir noch ein bisschen Muni. Ansonsten haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel. Aber die Waffe hat sich jetzt hier ganz gut bewährt, glaube ich. Gut, finden sie den Zug. Hm, die Nagelkanone ist irgendwie weg. Egal. Können sie schon wieder finden. Ja, finden sie den Zug. Ja, mein... Boah. Mein Ticket mit Platzreservierung. Die Zugwindung. Jetzt müssen wir den Zug leider... rechtzeitig erreichen. Ansonsten haben wir ein Problem. Dieses... Können wir dieses große Fass wohl anschießen? Ich bezweifle es ja ein bisschen. Aber ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Wenn da jetzt noch jemand kocken würde... Könnte man das mal ausprobieren. Und ja, irgendwie erinnerte ich mich zwar eben an diese eine Szene da in den Tunnels... ...aber das war es dann auch schon wieder. Das war eher ein kleiner Flashback irgendwie. Das ist eine wirkliche Erinnerung. Die Dinger hier, die können wir auch ranholen, ne? Stimmt, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. So viele verschiedene Möglichkeiten... Boah. Ja, toll. Das hätte ich mir aufsparen können. Wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten. Die überblicke ich gar nicht alle. Ne, okay. Der ist noch ein bisschen am rumzappeln. Äh, ja. Hier lang? Oder da? Oder wie? Ich bin mir nicht sicher. Kommen wir denn hier weiter? Auf jeden Fall können wir ein bisschen was sammeln. Äh, ist nur so ein kleines Ding. Okay. Dann. Ich wollte gerade sagen, es hat sich auch so ein bisschen beruhigt. Aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. War doch was. Oder waren wir das? Das eigene Schritte. Oh! Ähm, ähm, ähm. War das nur eine Halluzination? Oh, das habe ich ja übersehen. Ähm. Also entweder wir schieben uns Rad Halluz. Oder hier kommt gleich was an. Die ist langsam auf. Die FPS sind low. ZMG-Entwurf. Klar, lesen wir erst mal. Äh, Ausrüstungsentwurf. Äh, entdeckt Zerstörungswunder. Oh, das klingt gut. Sie erhalten mehr Munition von Gegnern und fallen gelassener Beute. Mhm. Verbesserter, äh, Verbesserer mit E99. Ja, ausrüst. Ja, 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 ja. Wir müssen uns auch mal heilen. Im Übrigen. Was wollten wir da machen? Wir können ein... Eine Flasche ranholen. Aha. Okidok. Wird gespeichert. Oh, was ist das denn für eine Stinkelwolke? Wer hat sie dahinter lassen? Hm. Oh, lauschen wir erst mal. Wir sind die Audioaufzeichnungen von Piotr Mitovsky. Es ist zwei Tage her, seit Mikiel mit seiner Gruppe fort ist. Ich frage mich langsam, ob wir nicht mit ihnen hätten gehen sollen. Letzte Nacht haben die Kreaturen angegriffen und die halbe Gruppe getötet. Heute nachwärts sind wir wiederkommen. Ich kann sie da unten hören. Sie schnüffeln herum und warten auf die Dunkelheit. Auf die Dunkelheit sowieso. Wollen wir uns das etwas sagen? Oder... Nicht so. Können wir da... Oder was ranholen? Was? Hä? Ich musste da eine ganze Weile irgendwie dran rumfummeln. Da seht ihr das? Aha. Und dann kann ich die Kiste ranholen. Warum? Warum ist das so? Kann ich die... Achso, altern lassen kann ich die. Ja, was ist das denn? Sollen wir da rangehen? Oder ist das eine blöde Idee? Drücken und halten sie eh, um phasenverschobene Objekte zurückzuziehen. Ah, so. Das ist so ein Objekt. Das ist irgendwie in der Zeit gefangen oder so. Ich verstehe. Also so halb. Verstehe ich. Aber... Können wir das Ding vielleicht benutzen, um das hier zu stoppen. Wobei ich nicht genau weiß, warum wir das tun sollten. Wir können hier ja... Warte mal. Können wir ja so machen, ne? Mit der wiederum zweifach belegten D-Taste. Da müssen wir so eine Kiste mitnehmen. Das kann natürlich auch sagen. Es dauert viel länger, zur Bahn zu kommen, als ich gedacht hätte. Okay. Eine sehr spannende Information. Ja, wir müssen hier eine Kiste hinbringen. Das kommt da nicht weiter. Ja, hallo? 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 Ich möchte hier hochkommen. Ja, ich kann vielleicht auch... Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt kann ich hier die Kiste nicht holen, weil... ...der das Ding hier aktiviert. Ja, toll. Aber jetzt komme ich hier hoch. Aha. Natürlich. Jetzt vielleicht. So, ja. Muss ich das Ding jetzt erstmal altern lassen. Ja, kann sein. Ja, machen wir das erstmal. Kleinen Moment. Genau. Kann man es auch machen. Und jetzt nehmen wir das Ding. Und nehmen es mal alles klar. Ist das umständlich. So, aber zumindest haben wir uns einen Durchgang gebastelt. So. Gut. Gut, 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 gut. Läuft. Oh, hier können wir was nehmen. Und gleich kriegen wir wieder eine... Vision. Vision geht eher in die Zukunft, oder? Eher eine Erscheinung aus der Vergangenheit. Weil es sinnlos ist, Michael. Du setzt diesen Menschen kurz aus dem Risiko aus. Aber es ist zu gefährlich da draußen. Hör zu, die Kanalisation führt uns zum Barthof. Von dort aus können wir einen Zug zu den Dux nehmen und fliegen. Nein, das ist Selbstmord. Nun gut. Ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Festland. Im Kreise deiner Familie, Genusser. Ja, ist doch nett, oder? Ja, doch auf jeden Fall. Aber was, was, was? Wo, 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 warum? Alter. Mach doch nicht so was. Oh, shit. Ja, geil. Oh, Mann. Blockiert sie deinen Gegner. Ja, ja, verlangsamt. Ja, das ist an sich eine gute Idee. Okay, jetzt ist das Ding aber weg irgendwie. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht richtig sehen. Wo können wir das irgendwie ein bisschen einfangen damit, weißt du? Zu spät oder so. Ah, jetzt ist es hier drin. Jetzt ist es hier drin. Wie kann ich das denn verwischen? Nicht so richtig. Ja. Jetzt muss ich eh gedrückt halten und gleichzeitig laufen. Das ist auch toll. Ja, da, 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 da. Da ist er. Ja. Gucken wir ihn. Hm. Ich hoffe. Ja, das Ding hier ist auch wesentlich größer geworden jetzt, oder? Unser kleines Upgrade da. Das ist ganz gut. Das war jetzt in dem Fall, glaube ich, ganz gut. So, haben wir jetzt eine Sekunde. Äh, gucken wir mal hier. Nun, ja. Erste Hilfe nehme ich sehr gerne an. Guck mal hier. Können wir uns sogar heilen. Und nehmen noch das. Das ist gut. Das gefällt mir. Ah, so. Vielleicht hätten wir die Dinger auch verwenden können, um, ja, um den einzufrieren. Stimmt ja. Das gab es ja auch noch. Ach, Mann, Mann, Mann. Hinterher in der Aufnahme, weiß der, gucke ich mir das an und denke mir so, Alter, was ist das nicht probiert? Aber ja. Wenn man hier selber drin steckt, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich weiß, es gibt tausende Spieler da draußen, die das eine Milliarde mal besser spielen würden als ich. Aber hey, ist jetzt irgendwie auch nicht so mein Hauptgenre oder so. Daher ist mir kackegal. Ich spiele das einfach so, wie ich halt kann oder wie ich halt nicht kann. Und alles wird gut. Irgendwie werden wir es schon schaffen. Und zur Not gibt es ja immer noch den Rage-Brit. So, können wir das Ding da ranholen? Äh, guck mal, es geht doch sogar. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie anders hin kommt. Oh, ich komme jetzt hier nicht mehr zurück. Na, toll. Aber hier, hier im Müll können wir noch ein bisschen rumwühlen. Ist da sogar ein Notiz? Ja, tatsächlich. Dies sind die Aufzeichnungen von Pavel Fedorov. Ich mache mir langsam Sorgen um Grigori. Ich habe jetzt seit vier Tagen nichts mehr von ihm gehört. Er sagte, er wird bei einer aufregenden neuen Transportform testen helfen. Hm, hoffentlich hat der junge Narr sich nicht für etwas Gefährliches freiwillig gemeldet. Ist das wohl der arme Tropf, den wir da gesehen haben in der einen Aufzeichnung vor einiger Zeit, dass er sich transportiert hat? Und ja, dann war es das, ne? Ach, ah, ich glaube, so ist das gedacht. Ah, so kommt man hier hinter die Treffer. Aber gut, das ist anderweitig geschafft. Oh, können wir nachladen? Nee, können wir gerade nicht. Aber auch gut zu wissen, dass R die Waffe hochnimmt, wenn wir gerade hier unseren Handschuh anglotzen. Aha. Kannst du uns holen? Aber wahrscheinlich müssen wir eh gleich da runter, oder? Schreibmaschine sagt ja. Was können wir uns anhören? Jo, machen wir einfach mal. Wir sind durchgebrochen, haben alle getötet, alle. Verzäume mich, Herr, du hattest recht. Wir hätten mit zu den Docks gehen sollen. Hm, so viel dazu. Nein, nein! Er hatte die Chance. Oh, oh. Da steht jemand. Die Frage ist, können wir... Guckt sogar. Können wir da jetzt irgendwas dagegen tun? Von unserer Position aus? Oder müssen wir halt einmal runter? Hm, dann gucken wir doch gleich in diesen Raum. Ja, 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 ja. So ist das leider. Ach so, hier ist auch gar keine Scheibe drin. Dann ist ein bisschen gefährlich auch. Ähnlich wollte das, genau. Ja. Na ja, ne, wahrscheinlich tue ich mir gleich selber weh. Ich sehe es doch schon kommen. Ah, da ist der Bute. Und, uh. Ah, unsere Kugeln fliegen sogar so langsam. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Oh, da ist da noch jemand. Oder gerade nicht. Okay. Gucken wir gleich mal, was passiert, wenn das Ding hier verschwindet. Ah, der hat es aber noch nicht hinter sich, oder? Jetzt aber. Das war ganz nice. Okay. Kann man sich vielleicht noch dran gewöhnen. Ah, das sind halt eher ungewöhnliche Kampfformen, nicht wahr? Wenn man hier mitzen kann. Kann ich das aufschießen? Ja. Das geht. Das hier auch, oder? Ja, theoretisch. Stim-Pack, klar. Stim-Pack. War das nicht, äh, Bioshock, oder? Weiß ich gar nicht, wo ich das jetzt auf einmal her habe. Stim-Pack. Hm. Habe ich persönlich, äh, nicht gespielt. Habe ich nur irgendwie mal, wahrscheinlich auch bei Gronkh gesehen. Ich habe einiges bei ihm gesehen. Zumindest vor einiger Zeit. War das so? Oh, ich gucke mal wieder mal rein. Gut, ähm, jo, dann. Boah, Minecraft vor allem, weißt du? Irgendwie schon seit Alpha-Zeiten. Hunderte Folgen muss ich mir angeguckt haben bei ihm. Unfassbar. Ja, da drüben waren wir eben, ne? Das bringt mich so darauf, dass ich eigentlich mal wieder Bock hätte, so ein bisschen, äh, das ist wie... Moment, 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 wir haben gerade ein kleines Problem. Dass ich die, äh, Schlösser auch nicht treffe. Das ist einfach so. Äh, ja. Ich brachte mich jetzt darauf, dass wir eigentlich mal wieder ein bisschen Vivecraft machen könnten. Vielleicht irgendwie nicht wieder 100 Folgen oder so, aber so ein kleines bisschen. Ich schau mal wieder Bock. Und jetzt sind wir nur wieder in diesem Raum hier, ne? Genau. Telefon sagt Möp. Telefon sagt Möp. Warum können wir das jetzt hier nicht altern lassen? Mal da will ich doch rein. Ist doch klar, können wir den ganzen Schrank einfach hier ranziehen. Irgendwie rüberjumpen oder so. Wir drücken hier einfach mal und gucken, was passiert. Ähm. Schlechte Idee. Äh, schlechte Idee. Können wir die hier irgendwie ranblocken oder so? Aha, da ist auch ein Fass. Guck mal hier. Ja. Der hier sollte es eigentlich hinter sich haben. Wo sind denn die anderen? Was für eine Zweitwaffe habe ich eigentlich? Ah, eine Shotgun. Okay. Ist gut. Fällt mir. Ja, und hier, äh, Nahkampf. Genau. E-99 Nahkampf-Modus. Kann ich auch mal öfter verwenden. Und das war's jetzt, ja. Achso, da ist wahrscheinlich die Tür aufgegangen. Ich dachte schon, hey. Was war das denn jetzt für eine Belohnung? Kommen wir denn hier so durch vielleicht? Nee, leider nicht. Das hier können wir eventuell noch holen. Ja, das geht gerade so. Aber ansonsten kommen wir gerade nicht so richtig durch. Oder kommen wir durch diese Tür jetzt? Irgendwie nicht. Falls ich was übersehe, tut mir das leid. Aber nun gut. Hm. Hier von unten irgendwie. Nicht so richtig. Okay. Okay, dann gucken wir halt hier mal. Wo wir hier hingelangen. Kopfloser Dude empfängt uns. Das ist wahrscheinlich kein gutes Omen. Ja. Bestimmt konnte man irgendwie an diesen Raum ran, oder? Bevor wir das da drücken, machen wir erstmal hier. Es bricht mir das Herz, dass wir zu spät gemerkt haben, dass dieser Kreaturen blind sind. Alexei ist unnötig zum Opfer gefallen. Wären wir einfach leise an den Bistiern vorbeigeschlichen, würde er noch leben. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Alexei. Uns alle enttäuscht. Na, das sollten wir uns besser mal merken, oder? Ich vergesse sowas eh irgendwie zwei Sekunden, nachdem ich es gehört habe. Das ist irgendwie, das ist auch so ein Symptom von den Aufnahmen, weißt du? Wie ist man da unteren Sachen beschäftigt? Auch mit Labern und so natürlich. Verklatscht, so war ich zumindest. Ich verklatsche dann sowas direkt wieder. Das bezieht sich doch sicherlich hier auf den kommenden Abschnitt, oder? Weiter, es dürfte nicht mehr weit sein. Wiederkehrer sind blind und reagieren nur auf Lärm. Achso, das steht da, ich verstehe. Und reagieren auf Geräusche. Ja, okay. Sind jetzt aber noch irgendwie andere Viecher, oder was? Naja, dann würde ich sagen, ich bleib mal geduckt. Und ja, es... Das Spiel wollte uns auf jeden Fall ganz sicher darüber informieren. Die eine oder andere Reise. Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob wir die auch einfach altern lassen könnten, weißt du? Und die dann eh direkt futsch werden. Jetzt frage ich mich darüber hinaus, ob ich da jetzt vorbeigehen kann, oder irgendwie warten sollte, bis er um die Ecke gegangen ist, oder sowas. Komm, wir versuchen es mal, oder? Oh, da ist ja schon ein Geräusch genug, ja. Ich dachte, wir können jetzt was ganz leise da einfach mal ranziehen. Und wie dazu? Ja, gut. Geht mir irgendwie ein bisschen zu sehr in der Mitte. Wir versuchen es mal. Alles gut. Ah, da ist jemand. Da hinten auch. Gefährlich. Ganz gefährlich ist das mit den Dingern hier. Juiui. Ah! Da ist jemand. Kommt der hinten auf einmal her. Ich weiß nicht, ob das gut war. Wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich überhaupt nicht. Wow, überhaupt nicht. Ich wollte gerade noch die Kugel werfen. Ja, ich dachte, er greift jetzt eh an, weißt du. Dann kann man ihn auch abschießen. Aber, hm, sollte man wohl vermeiden. Das brauchen wir jetzt auch nicht aufdecken hier. Das brauchen wir jetzt. Ja. Ja.